Was ist da los? Frag ich mich. Na. Der Mähdrech haben. Ah, Mäh. 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 Mäh, Mäh. 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 Eine vom Inmelden Hilfen. Mäh. Mäh,ïn. Mäh , Mäh. Mäzm ug. Mäh. Mäh, Mäh. Das war jetzt nur den großen Köpfer. Er war kaputt. Er ist jetzt kaputt gegangen. Keine Ahnung. Er ist kaputt gegangen. Er ist kaputt gegangen. Nur der Glas, der packt keine großen, dicken Mähdresche mit dem Mähweck, kann länger abschlippen. Und dann ist der große Schlag. Ich komm gleich wieder zurück. Soll noch alle rum zur Stadt kommen. Warte mal, ich bin in der Arm. Soll ich da. Warte mal, ich bin in der Arm. Warte mal, ich bin in der Arm. Ich bin in der Arm. Und ich bin in der Arm. Der Motoraufgang und pfff. Aber der Lass hat jetzt der Lass. Röhne durchsteigen. Spürt der Motoraufgang und pfff. Er ist ein Motorschaden an dem Kaput gegangen. Motorschaden. Pfff. Motorschaden. Ich gebe nur eine Möglichkeit. Der Caterpillar 68 schafft es. Der glaube ich schon. Ja. Caterpillar 68. Auf jeden Fall gehen die beiden mal in die Werkstatt. Während Tim sich über den Kaffeebinder dreht. Er hat die Schaube zugemacht. Und den Schaube zugemacht. Danke. Danke. Da. Nicht gut. Und weil... Sch... 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 Wurde? Weil ihm... Da wird noch mal was. als da der Mütter Schatan.